jo leute und herzlich willkommen zu diesem neuen folge fortnite battle royale ja sehr gut und ich hoffe ich will wieder aufzunehmen auf jeden fall muss ich meine kurs erledigen hier und zwar haben wir eine pistole kürung das heißt schön mit der revolver jetzt mal killen also spielen oder mit der da ein paar pilzen aha da ist ja schon mal einer okay ausrede ist und auf dem bild muss hier so rumliegen und so kann ich spielen das ist die ausrede ja zwei kurs gehabt zwei erledigt war eigentlich ganz einfach viele leute und zwei noch mal mit der maschine solle killen habe ich gemacht aber jetzt kommt der teddybär ach der gut alte teddybär so die runde war ein bisschen kurz naja ich habe auch keine gute ausrüstung gehabt die pistolen musste ich benutzen aber ja er hat eine shotgun und war ein bisschen unfair ein bisschen aufgerüstet ist sonst geht schon das ist ja nur mega das ist ja nur mega und wollte dann gibt dann noch oben an sich dass ich das euch gefällt oder nicht und ja der mitteninsel zu landen ich glaube ich werde vielleicht erst sein weil ich drauf gesprungen bin das sieht bis jetzt so aus sieht bis jetzt so aus ah ok nimm mal das ist mein haus verpisst euch ja ja die hole ich mir jetzt alles klar ja die kiste schnell holen die haben sich verpisst die an das heißt ja doch gut doch eine gute idee hier zu ähm laden also drauf zu springen ah das ist klar wenn ihr mal ein controller hört dann tut es normal aber manche YouTube einhörten auch die Tastatur wenn es auf PC spielt ähm ja oder so keine ahnung so ist hier jemand ich weiß nicht nee perfekt oh ich brauche ne Pistole ich brauche ne Pistole ich brauche ne Pistole ähm ich brauche ne Pistole Maschinenpistole die Quest hatten wir eben aber jetzt brauche ich sie leider nicht mehr Ah, da ist einer Das ist ja Würde ich gerne mitnehmen, aber gegen was Ich glaube, gegen die da So Eigentlich baut man ja ein bisschen Boden Aber ich brauche das natürlich nicht Weil man kann einfach auch springen, sondern kann man nicht snipen Wenn die schießen, keine Ahnung, dann haben wir hier glaube ich verkackt Ja So, jetzt sind wir schon wieder an Land So Ist mein Tarn, ne, sortiere ich jetzt nicht Junge, mach keine Faxen Oh mein Gott, war das ganz schlecht, ne Ich kann nichts dafür, Leute Ähm Ich hab keine Kopfhörer, ich hab keine Granaten oder so Naja So, neue Runde Neues Glück Vielleicht schaffen wir diesmal meine Quest Du Arschloch Nun Okay, Leute, wir sehen uns in der nächsten Runde Okay, Leute, ich hab mich vielleicht versteckt Vielleicht kommt der gleiche Treppe auch mit der Pistole abisch geholt Vielleicht Vielleicht schule ich mir den doch Ich hab grad ernsthaft nicht Irgend nix Okay, ich Ist denn der Aha Überraschungsangriff Nein, aber ich hab noch angehitet Och Mann Wie Leben hatte der noch Ein Scheißhitten, der wär tot Oh Mann, der Scheiße Bauen könnte ich glaube ich Hätte ich jetzt nicht bauen können Naja Nächste Runde Du Nächste Runde Nächste Runde Nächste Runde Ich pushe den Da haben wir ja schon mal was Gutes Okay, Quest können wir machen Aber Aber Normalerweise spiel ich Äh Den ganzen auch meistens Kisten So Setzen wir noch hier drin Ja Fuck Ich glaub nicht, dass wir es schaffen Leute Nein Ist ein ernst Ich hab einfach nicht getroffen Yo Alter Ich hätte Ich hätte Nicht Easy Easy Nicht kennen Können Dance 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 So Leute Diesmal gehen wir halt dahin Und schon lange ich Mal war nicht Hier Da hab ich letztens Zeuglust erledigt Sondern natürlich Hier im Gefängnis Mit dem Typen Ist das eine Pistole? Was ist das eine Pistole? Ah ne Ist keine Pistole Oder? Äh Ah Geht auch fürs Erste Stabil Scheiße Geht auch weg Alter Was ist das ein Problem? Junge Mach keine Faxen Vielleicht hätte ich dieses Stumgewehr nehmen sollen Aber jetzt ist es zu spät So Das war ein einfacher Gegner Und Leider nicht mit der Pistole Oder etwas Irgend so komische Halo Skin Ich glaube die gibt es gar nicht mehr Ich brauche eine Pistole Pistole Hallo Noch Quest Okay ich soll das ein bisschen weiter weg Wir sollen jetzt mal eine Pistole hier Nämlich schießen wir jetzt nach Ganz guter Loot Aha Und schon kann es weitergehen Na Revolver Ich glaube die sind ein bisschen besser als die Pistole Habe ich das Gefühl Die schießt doch nicht so schnell Wer macht mir Schaden Ja komm die nehme ich Die ist besser Ich habe jetzt eh keine normale Pistole Uh ich geh jetzt rein Pilz Holz und Baum brauchen wir auch Natürlich Stummgewehr Ah Ich hätte mitznehmen können Aber jetzt halt mal mit Topsikämpfe Falls ich besser ledige Überhaupt mal Gehen wir erstmal zonen Oder suchen uns Gegner So Mir ist aber ganz schön was Zerstört worden Scheiße Mach doch eine Wand Verdammte Scheiße Nein Ey das war unfair Ey das war mega unfair Die Quest ist so scheiße So scheiße Das hier ist zwar Sehr scheiße Blut hier aber Naja muss halt hier Okay Okay die Waffe ist eigentlich ganz okay Ich soll mal gucken wie hier unten eine Pistole In der Hütte hier Ding da ist Wachtum sag ich mal Ich hab das Gefühl da ist aber nicht Na ja ganz stabil eigentlich Ganz stabil eigentlich Uuuuuhh Das kann ich mal nachkampf gebrauchen Eigentlich auch die andere Schaut gern So können wir mal fließen Oder vergessen Oder vergessen Leute Ich geh in die Zone Was dir da gerade noch nicht gefallen Und wieso Ist da eine Bombe Er ist Ne Ich hab gedacht da bliegt Irgend so ein C4 Hier oder so Hier geht zur Zone Hier ist kein Bushido Bush Oh Ganz Bushido Oh Mann ey Ich steck die ganze Zeit da weh ein ey Immer mal spielen mit anderen Waffen Weil die Pistole immer so scheiße sind Sind so scheiße So Grenade zugemacht gebrauchen Ne ist keiner Oh Jagdgewehr Ein Schuss Ist aber Wahnsinn Hallo Dorfsicherheit Wer ist hier Ich weiß jetzt gar keine Das ist mein Mensch Natürlich Äh Alleine Leute können sich eigentlich auch mit holen Zum zocken Oh Banagen Ich weiß nicht wie besser ist Maschinenpistole Ach Trommel Täusche wird die mal aus So Ich krieg's nicht hin Ach Mann Mir frisst er Ich hab's keine Mutze zu bauen Ich bin ja kein Fortnite Profi Wie ihr gerade seht Jetzt suchen wir mal noch Opfers hier raus Na es gibt nur noch 7.30 Vielleicht hole ich einen win Wenn ihr Fortnite habt Schreibt mal Hashtag win in die Kommentare Oder so Keine Ahnung Hashtag win Wenn ihr bis dahin guckt 14 Minuten Aha Sehr interessant Fack Was Sagen wir mal gucken Ob welche hier Faxen machen Sieht jetzt ganz gut aus Und das kannst du halt Mancher's Christmas machen So Kein Zünderhaus gehen wir mal lieber nicht Da wird mir komplett ausgelöscht Wurde hat aufeinander genommen Komm wir gehen lieber außen rum Eine Pistole Sogar zwei Komm mit Toshin Sagen wir mal Gegen Zyake Wäre das ist glaube ich eh nicht So das Dumme jetzt ist Der Pistole kann mir fast kein killen Wahrscheinlich Alle so gut schon ausgelöscht sind Und wir müssen ja mit einer Pistole rumkämpfen Ist echt der Wahnsinn Oder vielleicht sei der so dumm wie eben Bemeck uns nicht So können wir einfach nehmen Tuch nehmen Oh ne Revolver Machen wir lieber mit Keine gekläre Insicht Schade Leben nur noch 20 0 Kills Das ist sehr traurig So Oh jetzt ist glaube ich Vielleicht ein bisschen Gefängnis hier Im Wald Das ist sehr traurig Das ist sehr traurig Ich habe gesagt Das ist viel zu gut Ach scheiße Okay Leute Bevor das Video wieder so lang wird 17 Minuten Im Moment Und so war es mit dieser Folge Du kannst es leider nicht geschafft Weil mit Pistole ist aber schwierig Ich mache es glaube ich mal In 20 gegen 20 Minuten Oder so oder so Also so war es mit dieser Folge Und schau Leute Und so